Hallo lieber Krebs und herzlich willkommen zu deiner Liebeslegung. Diese Legung ist für dich, falls du den Krebs im Sonnenzeichen, Mond, Asttendenten oder der Venus hast. Du musst hierbei nicht zwingend mit einer Person in einer festen Beziehung sein. Es kann hier auch um einen Ex gehen oder um jemanden, mit dem du eben gerade nicht in einer festen Beziehung bist. Wichtig ist quasi, dass du jetzt gerade an eine Person denkst, die du in deinem Herzen trägst. Und das kann für manche von euch vielleicht auch eine platonische Freundschaft sein. Jemand, wo du sagst, ich würde gerne mehr wissen über die Beziehung zu dieser Person, wo wir gerade stehen und wie es weitergeht. Da kriege ich das Job rein. Doch bevor wir starten mit dem Seelenreise-Tarot, werde ich noch einmal die Sacred Soulmate-Karten nutzen. Die sind von Stellara. Ich kann dir leider nicht mehr genau sagen, wo ich sie herhabe, weil ich die bei dem englischen oder amerikanischen YouTube-Liga gefunden habe und dementsprechend keinen Link dazu habe. Aber sie heißen Sacred Soulmates von Stellara. Wir haben aktuell Distance, die gerade rausgefallen ist. Ich möchte aber eine Zusatzkarte ziehen. Also eine gewisse Entfernung könnte hier gerade eine Rolle spielen, ob im wahrsten Sinne des Wortes oder auch emotional, mental. Und es kann für manche von euch sein, dass in einer Situation gerade zu viel Distanz ist oder in einer Verbindung zu viel Distanz ist, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Wir kriegen gleichzeitig die Information Reflektiere. Denn wir ziehen Seelenpartner an oder sagen wir mal Menschen an, darauf bezogen auf welche Lektionen wir lernen müssen, um zu wachsen. Und da ist jetzt die Frage, ob sich das Erd zurückhält oder ob sich das unterstützt. Jetzt lass uns mal schauen, was wir Halleluja hier haben. Da haben wir die 5 der Schwerter, die Königin der Kelche und die Karten, die wir hier sehen. Das macht schon Sinn auch mit dem, was wir hier sehen. Dann haben wir die 10 und die 7 der Stäbe. Dann haben wir das Ast der Schwerter, den Stern, König der Münzen, 8 der Kelche, 2 der Schwerter. Und wir haben hier die Karte 9 der Stäbe. Am unteren Kartenrand sehen wir die 7 der Kelche. Packen wir auch noch mal hier hin. So, was wir also sehen können, ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass die andere Person sich emotional distanziert. Die andere Person hat die Situation verlassen. Da sehen wir quasi schon den Zusammenhang von dem, was wir hier sehen. Und für dich ist es jetzt einfach grundsätzlich wichtig, mal zu reflektieren, was die Lernaufgabe hier in dieser Situation war. Was sind die Dinge, die du gelernt hast? Und da ist es immer ganz wichtig quasi zu gucken, okay, wie würdest du dich denn anders verhalten? Wir fragen uns oftmals bezogen auf Lernaufgaben. Okay, was soll ich jetzt daraus lernen? Was ist jetzt das Ding? Und dann überlegt man so richtig tiefgreifend. Aber die Sache ist die, bezogen auf diese Situation, wenn du überlegen kannst, was du das nächste Mal, wenn du wieder in einer Situation wie dieser wärst, was du anders machen würdest, wie du dich anders verhalten oder wo du vielleicht eine andere Entscheidung treffen würdest. Wenn das der Fall ist und du sagst, hey, sollte mir das noch mal so passieren, das nächste Mal würde ich das so und so machen oder eine andere Entscheidung treffen. Das alleine ist schon die Lernaufgabe, die du dann gelernt hast. Also du musst dich jetzt nicht großartig hinsetzen und schauen und überlegen, oh mein Gott, was war denn jetzt die Lernaufgabe? Weil das quasi daraus resultiert in Verhalten, was geändert ist. Und wir sehen in der Vergangenheit das Ast der Schwerter. Dir ist irgendwas in der Vergangenheit bereits klar geworden. Irgendwas, was durchaus bezogen ist auf eine Situation, die vielleicht verwirrend war, unklar war. Aber wir sehen hier in der Vergangenheit, es hat sich schon für dich auf gewisse Art und Weise was geklärt. Irgendwas konntest du plötzlich sehr klar sehen. Ob das durch eine Kommunikation war oder ein Gespräch war, eine Nachricht war, irgendwas hat für dich aber eine Situation ein bisschen klarer gemacht. Das heißt nicht, dass es sie besser gemacht hat, weil wir eben hier und jetzt die fünf der Schwerter sehen und also sehen, dass es hier eine Situation gibt mit einer Person, wo das Thema Konflikt und vielleicht auch Zerstörung auf gewisse Art und Weise ist. Lass uns die Karte doch mal genauer anschauen hier. Warte mal. Denn hier und gerade auch in dieser Kombination, wo die Königin der Kirche in der Blockade oder Herausforderung ist, das macht total viel Sinn. Denn wir haben hier aktuell eine Energie zwischen dir und der anderen Person. Entweder ist was zerbrochen, ist was kaputt gegangen. Jemand könnte sehr egoistisch sein, sehr... Ja, es ist meine Narzisstenkarte, weil als ich meine Erfahrung hatte mit einem Narzissten, diese Karte sehr häufig kam. Und wenn man sich genauer diese Karte anschaut, dann könnte man darunter eben auch narzisstische Verhaltensweisen sehen. Sprich, jemand, der nicht empathisch oder sensibel und feinfühlig für die Gefühle und Emotionen anderer ist. Und das sehen wir letzten Endes hier. Die Königin der Kirche ist die Herausforderung oder Blockade. Da gibt es in dieser Situation kein emotionales Verständnis füreinander oder keine emotionale Unterstützung. Also das macht tatsächlich schon Sinn hier. Es muss nicht immer gleich der Vollnarzisst sein. Also da muss man auch sagen, dass das Wort Narzisst natürlich in der heutigen Zeit dann doch etwas übergenutzt ist. Aber zumindest könnte das hier jemand sein, ich sage mal, der Recht haben möchte um jeden Preis, gewinnen möchte um jeden Preis. Und wo immer wieder Konflikte kommen. Und du nur denkst, oh mein Gott, ich bin so müde davon. Man findet ja gar keine Kompromisse. Hier kommt gar kein Einverständnis oder eine Übereinstimmung zurecht. Und das sehen wir im Prinzip hier auch, wie gesagt, mit der Königin der Kirche in dieser Position, dass jemand einfach kein Verständnis hat. Also da hapert es an Empathie, an Feingefühlen. Und das sagt natürlich hier, dass das eine recht, was wir jetzt hier sehen, belastende Situation ist. Und ich habe das Gefühl, diese Situation, und das Ding ist, das ist ja aber alles bereits klar in der Vergangenheit. Und was ich hier auch sehe, diese Distanz. Wenn es keine körperliche Distanz ist, dann habe ich aber das Gefühl, dass zwischen dir und dieser anderen Person, da ist so, da liegt eine Welt dazwischen. Ihr seid einfach in unterschiedlichen Welten. Ihr werdet da nie aufeinander kommen, weil ihr so unterschiedlich seid. Und es ist jetzt wichtig, herauszufinden, hey, was ist denn die Lektion? Anstelle, dass du da immer wieder reingehst und reingehst und reingehst und reingehst. Und dann sagst, okay, alles klar. Was ist denn meine Lektion daraus? Was kann ich lernen? Wir sehen, dass dich das gedanklich wirklich belastet. Auch was die Situation angeht. Du siehst den Weg nicht, wie das sich irgendwie klären kann. Mit den Fünfterschwertern ist immer die Frage, ob sich das überhaupt klären kann mit dieser Person. Aber wir sehen absolut hier diese Belastung auch auf mentaler Ebene oder deine Gedanken zu der Situation, die dich belasten. Oder du hast sehr viele Gedanken über die Belastungen, wie dich diese Situation doch belastet. Da kann ich nur sagen, versuche mal ein bisschen, dich zu entspannen und diese Gedanken loszulassen, weil du letzten Endes dir damit selber nur schadest. Ich kann verstehen, mit dieser Situation, je nachdem, wer das ist, dass dich das belastet. Aber es bringt auch nichts, wenn du da immer und immer und immer wieder drüber nachdenkst und die Belastung immer und immer und immer wieder reinholst in dein Hier und Jetzt. Weil die Sache ist die, unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Denk doch mal jetzt über irgendwas Schönes nach. Was ist eine Person oder eine Situation, die du erlebt hast, die so richtig schön war, die dein Herz wirklich erfüllt hat mit Liebe oder mit Freude? Denk da jetzt mal drüber nach. Und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt anfängst zu lächeln und dass du vielleicht auch ein kleines Schmetterlingsgefühl, vielleicht in der Herzgegend fühlst oder zumindest so eine Wärme, wenn du an diese Situation denkst. Deine Gedanken haben gerade deinen Körper beeinflusst und wie du dich fühlst. So, denk mal über diese Situation Nahrung. Jetzt reg dich noch mal doppelt und dreifach auf, was für eine blöde Kuh oder ein blöder Mann diese Person ist und denk da noch mal richtig drüber nach und oh Mensch und dann fühl mal, was in deinem Körper passiert. Und mach das mal. Halte auch gerne dieses Video kurz auf Pause, um in diese Übung reinzugehen. Denn was wichtig ist, ist, dass du dir bewusst wirst, dass deine Gedanken deine Gefühle beeinflussen und dementsprechend auch die Chemie deines Körpers. Wenn du in die Gedanken reingehst und immer dich das belastet, dann wirst du das Stresshormon ausschütten, weil dich nur die Gedanken an diese Situation mega stressen. Das bedeutet, du verursachst selber Stress in deinem Körper durch die Gedanken. Und Stress auf Dauer macht krank. Auf die ein oder andere Art und Weise. Deswegen ist es so wichtig, mit diesen Karten, die ich hier sehe, dass du anfängst, daran zu arbeiten, das loszulassen. Nicht dein Zirkus, nicht deiner Affen. Wenn jemand sich so verhält, diese Person ist nicht dazu bestimmt, in deinem Leben dein bester Freund, Partner oder Freundin zu sein. Auch das sind Sachen, die man anerkennen und akzeptieren kann. Nicht mit jeder Person werden wir die harmonischste Beziehung ever haben. Und wir sehen auch hier emotional, du bist schon auf Abwehrhaltung. Du bist so, ich muss das irgendwie, du bist gefühlt irgendwie auf Kampfstellung, aber auch wirklich auf gewisse Art und Weise bist du damit beschäftigt, das nicht zu nah an dich ranzukommen, ronkommen zu lassen. Aber ich habe das Gefühl, das fühlt sich an wie ein Kampf, weil es sich eigentlich immer wieder reinsaugt und du immer dich wieder, sag ich mal, aufregst über diese Sache oder Situationen über diese Person. Und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen anstrengend für dich wirklich hier, das nicht persönlich zu nehmen und das so ein bisschen abzuwehren. Gehen wir mal weiter rein. Was kommt auf dich zu? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es hier darum geht, dass du dich wieder nach positiv in die Zukunft wendest. Der Stern sagt, abwenden von der Krise, abwenden von der Vergangenheit, reinschauen, positiv optimistisch in die Zukunft schauen. Ich nehme das aber wirklich wahr als deine persönliche Karte hier, dass es für dich darum geht, dass du positiv und optimistisch in die Zukunft schaust. Wir haben eine unterliegende Karte, die ich jetzt einmal mit einbeziehen möchte und das sind die sieben der Kelche. Mit den sieben der Kelchen haben wir hier eine Situation liegen. Was spielt hier noch eine Rolle? Wir haben, dass sich diese Situation emotional mitnimmt und emotional ein bisschen verwirrt, macht absolut Sinn. Also hier ist quasi ein Gefühlschaos. Diese Situation oder Person schmeißt dich in ein Gefühlschaos, was so ein bisschen unten drunter liegt und was gefühlt immer wieder hochkommt. Du selber verkörperst den König der Münzen. Ich habe das Gefühl, deine Energie bezogen auf diese Situation ist eigentlich, hey, eigentlich könnte man das doch alles klären. Wie ein vernünftiger Mensch, pragmatisch, bodenständig geerdet, jetzt mal vernünftig irgendwie, könnte man doch eigentlich diese Sache, diese Situation klären. Ich habe das Gefühl, du bist da wirklich sehr, wie schon gesagt, pragmatisch, bodenständig und hast irgendwie das Gefühl, aber da könnte man doch daran arbeiten und eigentlich könnte das doch sich auch wieder stabilisieren. Und das ist wahrscheinlich noch so ein Ding, warum dich das auch so nervt, weil eigentlich du sagst, hey, aber ich weiß, das könnte doch eigentlich auch anders sein und wir können doch die Situation auch mal wie erwachsene Leute hier sehen. Die Person aber hier, ich habe auch da das Gefühl, die Person ist zu weit weg. Diese Person ist energetisch zu weit weg. Ihr denkt nicht gleich, ihr fühlt nicht gleich. Da ist, wie ich schon gerade sagte, gefühlt eine Welt dazwischen. Und du bist aber hier in einem Zwiespalt mit einer Entscheidung, Hoffnung, Ängste, Unsicherheiten. Hier gibt es gefühlt Unsicherheiten bezogen auf eine Entscheidung. Vielleicht hast du irgendwie Angst, eine Entscheidung zu treffen, dass das dann die falsche ist oder es könnte sein, dass du einfach unklar bist hier mit einer Entscheidung oder hoffst, dass hier keine Entscheidung auf dich zukommt, aber bezogen auf eine Entscheidung und Unklarheiten bezogen auf eine Entscheidung gibt es hier gefühlt so ein paar Unsicherheiten in deinem Energiefeld. Dann sehen wir noch die Neuen der Münzen, sorry, die Neuen der Stäbe, also schon wieder eine Stabenergie. Du bist also wirklich voll in dieser Stabenergie mit der Situation und das sagt mir gleichzeitig, die Situation stresst dich. Also sowohl die, wir haben hier die Zehn, die Zehn, die Sieben und die Neuen. Also was heißt, das haben wir 26 Stäbe hier liegen in Gedanken, in Gefühlen und dann, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass du dann auch irgendwann merken wirst, dass du genug hast. Das ist die Energie hier, dieses, okay, ich will mich jetzt einfach nur zurückziehen, ich bin müde, ich bin müde von dieser Situation, ich ziehe mich jetzt zurück und kümmere mich jetzt, um darum wieder zu heilen, in meine Energie zu kommen. Insofern gehst du hier in zwei Energien über vom Stern in die Neuen der Stäbe, wo es darum geht, zu heilen, dir eine Auszeit zu gönnen. Ich habe auch das Gefühl, da ist einfach zu viel in der Vergangenheit losge, da ist zu viel vorgefallen in der Vergangenheit, was letzten Endes dazu führt, dass du sagst, okay, ich ziehe mich jetzt hier zurück. Das sind die Botschaften, die ich erstmal bis hierhin habe, die Situation, wie ich sie jetzt sehe und wie sie sich in den nächsten vier bis sechs Wochen weiterentwickelt. Was ich jetzt einmal machen möchte, du kennst es wahrscheinlich, weil du schon die ein oder andere Legung aus dieser Sternzeichenrunde gesehen hast, die Liebeslegungen. Ich möchte jetzt einmal schauen, welche Zusatzenergie hier zwischen dir und der anderen Person oder der Situation, in der ihr seid, eine Rolle spielt. Das machen wir mit dem Astrologie-Orakel. Und dann habe ich auch noch das Magic Soul Tarot hier und ich werde jetzt einmal die Person unter die Lupe nehmen. Sprich, wir analysieren mal die Person, mit der du es zu tun hast. Was denkt er oder sie über dich oder die Situation? Was fühlt sie oder er über dich oder die Situation? Was sind die wahren Absichten dieser Person? Was ist der Tipp an dich? All das und noch viel mehr werden wir jetzt noch mal weiter unter die Lupe nehmen in der Erweiterung. Folge mir also gerne auf Vimeo oder Patreon, um jetzt zu Teil 2 dieser Legung zu kommen. Unter diesem Video findest du die beiden Links zu den jeweiligen Plattformen. Wenn du hier aussteigst, sage ich danke fürs Zuschauen. Ich vertraue wie immer darauf, dass du alle Botschaften bekommen hast, die jetzt für dich wichtig waren. Für all diejenigen, die jetzt in die Tiefe schauen wollen, um noch mehr Verständnis zu bekommen über die Situation und auch die andere Person, folge mir jetzt einmal gerne in die Erweiterung. Bleib gerne auch noch ein paar Minütchen dran, denn wir schnuppern jetzt schon mal in die Vorschau der Erweiterung. Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr lieben Krebse, zu Teil 2, deiner Legung, in der wir jetzt in die Tiefe gehen von Teil 1 und die Person, mit der du es zu tun hast, einmal analysieren werden. Und das Ganze machen wir mit dem Magic Soul Tarot. So, lass mich hier also mal einen guten Shuffle reingeben. Hupala, oh Moment, da kommen jetzt ganz viele Karten direkt. Das war meine eigene Tollpatschigkeit. Das ist nicht, das ist nicht gewollt. Moment. So, wenn Karten rausfallen, dann fallen sie auf natürliche Art raus. So, ich möchte gerne in dieser kniffligen Situation einmal schauen, was die Botschaften hier sind, wie die Person, mit der Krebs es zu tun hat, über Krebs denkt, fühlt, über die Situation, was die wahren Absichten sind, was sind die größten Herausforderungen, was ist der Tipp und welche äußeren Einflüsse gibt es. So, ich weiß, ihr seid wahrscheinlich mindestens genauso gespannt auf diese Legung wie ich, nachdem wir das gerade auf YouTube gesehen haben. so, dann lass uns einmal noch eine Karte ziehen mit den Astrologie-Karten. Na, Moment, noch einmal weiter, bitte. Okay. Das sechste Haus. Ja, das sechste Haus, es kann mit dem sechsten Haus grundsätzlich auch um die alltäglichen Dinge gehen des Lebens. Also es könnten, es kann in dieser Situation sehr viel um Alltägliches gehen, um die Routinen des Lebens. Wir haben das sechste Haus auch für Gesundheit. Gesundheit könnte hier auf gewisse Art und Weise eine Rolle spielen, aber auch das Etablieren von einer Basis, das tägliche Leben genau und die praktischen Details. Also es könnte eine sehr, sagt man das so, eine sehr mundene, sag mal, ist mundän das alltägliche Leben? Oh Gott, na, lassen wir das mal dabei. Lass uns mal schauen, wo deine Person hier gerade steht. Das ist jetzt etwas, wir haben hier eine 33, also drei und drei. Drei der Münzen, drei der Stäbe. Das ist jetzt etwas, was uns sagt, wo deine Person grundsätzlich gerade ist. Das muss ich nicht zwingend auf euch beziehen, aber ich habe das Gefühl, dass so Dinge des alltäglichen Lebens hier zwischen dir und der anderen Person eine Rolle spielen oder gegebenenfalls auch das Thema Gesundheit. Grundsätzlich, die drei der Münzen, drei der Stäbe. Hier geht es um Wachstum. Vielleicht arbeitet deine Person gerade daran wirklich Wachstum im Leben zu kreieren, ob in einer gewissen Lebenssituation, aber hier geht es darum, weiter, mehr an Dingen zu arbeiten, Dinge aufzubauen, vielleicht auch im Team mit anderen Dinge aufzubauen, Dinge wachsen zu lassen. Vielleicht liegt dir auch gerade ein Kurs, den deine Person besucht, ob das jetzt zum Thema persönliche und spirituelle Entwicklung ist, ob das was zum Thema Arbeit ist, ob das ein Hobby ist.